Roboter, Bomben und Mutanten Der Gegner kennt kein Erbarmen und 50 Terraner erleben das Inferno auf Panotol von William Foltz. Man schreibt das Jahr 2113 irdischer Zeitrechnung. Für die Terraner sind also seit der erfolgreichen Mondlandung einer Rakete mit chemischem Antrieb dem Auftakt der echten Weltraumfahrt noch nicht einmal anderthalb Jahrhunderte vergangen. Trotz dieser nach kosmischen Zeitmaßen unglaublich kurzen Spanne hat es das von Peri Rodan geschaffene und geleitete Solare Imperium fertiggebracht, zu einem Eckpfeiler galaktischer Macht zu werden. Natürlich fanden die Solaria bei ihrer sich selbst gestellten Aufgabe wichtige Helfer. Denken wir nur an den Arkoniden Krest und das Energiewesen von Wanderer, an Atlan, Harno, die Swoon und Guki, den Mausbiber. Doch wäre diese Aufgabe nie vollbracht worden ohne den selbstlosen, opferbereiten Einsatz aller, die die Sehnsucht nach den Sternen im Herzen trugen. Die neue Bedrohung aus dem Interkosmos, dem Raum zwischen den Milchstraßen, stellt allerdings alle Verantwortlichen vor ein fast unlösbares Problem. Wie bekämpft man Aggressoren, deren Raumschiffe nahezu unzerstörbar sind? Man probiert es mit Robotern, Bomben und Mutanten. Und damit Hallo zu einer neuen Ausgabe Starastrof Terra, heute zu Roboter, Bomben und Mutanten von William Wolz, dem 133. Roman der Peri-Rodan-Heft-Roman-Serie im Zyklus Die Pospis. Der Gegner kennt kein Erbarmen und 50 Terraner erleben das Inferno auf Panotol. Autor ist dieses Mal William Wolz, in Illus und Titelbild natürlich von Johnny Brook. Erstmals erschienen ist das Heft am 20. März 1964. Und wir beginnen in der Handlungszeit ein neues Jahr, denn wir sind im Januar 2113 angelangt. Gehen wir rein in das Heft und schauen mal auf die Raumschiffe, die mit aktiv sind. Da sind mit dabei die Theoderich, die Alexander, die Athlete, die San Jose, ein schneller Kreuzer der Städteklasse. Bei den Personen, jetzt wird es umfangreich, wir haben Sergeant Chick Gallick, den kennen wir schon. Sergeant Olaizion, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. John Marshall ist mit dabei, Tama Yukida, André Noir, Rastschu Bayguki, Tako Kakuta und Wurio Sengu. Die sind Teil des Unternehmens Befreiung. Adlan, Perirodan, Reginald Bull und Commodore Jefe Claudrin, ist mir da vielleicht sogar eine Beförderung entgangen, sind mit von der Partie. Außerdem Major Jenkins, der Kommandant des schnellen Kreuzers San Jose. Reg Thomas, erster Offizier der Theoderich, den kennen wir auch schon. Van Moders, Robotikergenie und bleibt der Spezialist für Pospis. Leutnant Porst haben wir hier noch mit im Cast. Der ist Oberkommandant des Beobachtungskreuzers um Panutol. Oder der Beobachtungskreuz, es sind ja mehrere. Wir haben Major Necros, der LI, der Theoderich, bedient den FMT. Delivery ist mit dabei. Teschmann ist dabei. Driftwood, Hansen, Dr. Bryant, Atkins, Norton, Bert Islecker ist dabei. Ruscha und Jembrowski, das sind Transmitterspezialisten und andere Terraner, die auf Panutol landen und arbeiten. Tohobal, der nicht ganz so intelligente Springer und Anführer der Wohnstation 5 und Berhan, der akonische Transmittertechniker. Und genauso wie im letzten Heft oder da, wo wir das letzte Heft verlassen haben, befinden wir uns auf der Welt Panutol. Gehen wir rein in die Handlung und starten ins erste Kapitel. Auf der Theoderich beginnen die Planungen rund um den Gegenschlag gegen die Pospis auf Panutol. Die positronisch-biologischen Roboter sind dort mit der Auswertung des Springerraumers beschäftigt. Die Terraner befürchten, dass sie durch die Auswertung der Schiffspositroniken dazu in der Lage sein werden, galaktonautische Positionsdaten der wichtigen Systeme der Milchstraße zu entdecken. Ziel muss es daher sein, die Springer zu befreien. So wie schon im letzten Band angedeutet, aber auch der Bruch, aber auch die bruchgelandete Totsda 9 muss vernichtet werden. Dazu hat man sich eben einer antiken Waffe der Akoniden bemächtigt, die Atlan in den Waffenfabriken des Imperiums schnellstmöglich produzieren lässt. Die ersten 50 Stück werden ihr an die Terraner überstellt. Die überschweren Fusionsbomben haben eine Sprengkraft von, jetzt schlackert ihr gleich mit den Ohren, 600 Milliarden Vergleichstonnen TNT, entsprechen also einer mittelschweren Sonnenprotoperanz. Man plant damit, die elf Fragmentraumer im entsprechenden System anzugreifen, in der Hoffnung, dass man die Bomben mit dem FMT in direkter Nähe der Würfel zur Explosion bringt und die Wirkung ausreicht, um den Feind zu vernichten. Gleichzeitig soll ein Mutantenkommando von der San José gemeinsam mit einer Handvoll Wissenschaftler und Techniker auf Panotol landen, die Mehandur befreien und den Transmitter der Akonen in Betrieb nehmen. Mit dem Hochleistungstransmitter soll das Einsatzteam dann zu Alexander unter dem Kommando von Oberst Pfeil springen, um zu entkommen. Atlan soll in der Zwischenzeit nach Akon zurückkehren, um dort eine Flotte zusammenzuziehen, um den Terranischen Operationen Rückendeckung zu geben. Die Befehle gehen an die bereitgestellten Einheiten der Terranischen Flotte raus und die Mission kann beginnen. Zweites Kapitel. Die Kreuze unter dem Kommando von Leutnant Porst melden, dass mittlerweile 62 Fragmentraumer auf dem Planeten Panotol niedergegangen sind. Trotz allem beginnt Perry den Einsatz mit einer Flotte von 2000 terranischen Einheiten. Sofort nach Eintreffen der Terraner beginnt das Gefecht. Binnen 10 Minuten werden fast 300 Einheiten derart schwer beschädigt, dass sie sich aus dem Gefecht zurückziehen müssen, während kein einziges Fragmentschiff draufgeht. Während die terranischen Verluste erschreckende Ausmaße annehmen, erreicht die Theoderich die ersten Abschusserfolge mit den überschweren Fusionsbomben, die mittels Fiktivmaterietransmitter ins Ziel gebracht werden. Die Theoderich versucht der San Jose, einen Zugang zum Planeten freizukämpfen, als Van Modas verkündet, dass die Pospis die Theoderich als wesentliche Bedrohung erkannt haben und um Hilfe rufen. Da man nun die Befürchtung hat, dass die Pospis weitere Verstärkungen erhalten werden, muss die San Jose in den Einsatz gebracht werden. Der Kreuzer setzt die 15 Mutanten und 35 Techniker auf Panotol ab und verschwindet schnellstmöglich aus der Atmosphäre, als die Hälfte der terranischen Flotte schwer beschädigt oder vernichtet ist. Drittes Kapitel Die Landung auf dem Planeten glückt und man zieht unter, während die Teleporter die Erkundung beginnen. Tago Kakuta und Guki finden die Springergefangenen recht schnell, die von den Pospis eingesperrt wurden. Als das gesamte Team wieder beisammen ist, erläutert Marshall seinen Plan, sich mit den neuen Robotverkleidungen und den Mentalabsorbern unter die Springer-Roboter zu mischen, um zur Zentralpositronik der Springer und dem Frack der Todstar 9 zu gelangen, das Schiff zu sabotieren und die Positronik der Werftanlage umzuprogrammieren. Die einzelnen Gruppen des Einsatzteams nähern sich der Anlage der Springer und betreten den unterirdischen Komplex mit zugeteiltem Spezialwerkzeug. Während zwei Gruppen auf dem Anmarsch verzögert werden, erreichen 30 Mann die Werftanlage der Springer. Die Gruppe um Rast-Chubai entdeckt Hinweise, dass sich ein Springer in das Kanalisationsnetz abgesetzt hat und nun von Pospis gesucht wird. Teschmann findet den Entflohenen, muss sich aber einem Roboter fügen, der den Springer abtransportiert. Doch zurück bei der Gruppe muss man den Springer wieder mit dem Roboter ziehen lassen, um die Mission nicht zu gefährden. Viertes Kapitel. Marshall kann mittlerweile nicht noch länger auf die Gruppe um Chubai warten und befiehlt, weiter vorzudringen. Doch die Gruppe gerät auf ein Sortierband. Als man diese Anlage stört, weiß man natürlich auch, dass eine Sabotage durch die Pospis erkannt werden muss. Marshall schickt die Teleporter los, um den Programmierstreifen in die Zentralpositronik einzuspeisen. Damit soll die Todstar 9 aus der Wüste in die Werftanlage gebracht werden und damit für die Terraner zugänglich werden. Während die anderen Terraner sich in die Reparaturteams der Springerroboter eingliedern, machen sich die Teleporter auf den Weg. Man findet die Zentralpositronik problemlos und kann die Programmänderung einspeisen. Fünftes Kapitel. Marshall erreicht mit seinen Leuten und dem Reparaturteam der Roboter die Todstar 9 unbehelligt. Da sich aber bereits Pospis an Bord aufhalten, gerät der Plan, die Transmitterstation der Akonen an die Aggregate der Todstar 9 anzuschließen, in Gefahr. Die Transmitterstation wird unversehrt in den Laderäumen der Todstar 9 gefunden, doch der Anschluss an die Aggregate der Walze, die sich mittlerweile durch Antigraf-Einsatz vom Wüstenboden erhoben hat, wird mindestens sechs Stunden dauern. Da diese Zeit im Plan eigentlich nicht mitkalkuliert ist, steht man jetzt vor dem Aus. Man hofft nun, dass sich Akonentechniker unter den Gefangenen befinden, die eine Inbetriebnahme schneller zustande bekommen. Gucki macht sich auf, um diejenigen unter den mehr als 9000 Gefangenen zu finden. Sechstes Kapitel. Tohubal ist der informelle Anführer der Gefangenen in der Wohnstation 5 und trifft dort auf die unverhofften terranischen Retter und bezeugt, wie die Teleporter ihre Fähigkeiten einsetzen. Tako Kakuta versucht die Akonen zur Kooperation zu bewegen, während Gucki das Notwendige aus der Basisstation in der Wüste herbeischafft. Der Mutant offenbart, dass Perry ein Ablenkungsmanöver mit 5000 Raumschiffen fliegen wird, um den Gefangenen die Möglichkeit zu geben, zum Transmitter zu kommen. Genau in diesem Dialog platzt Rast Chubai, der seine Gruppe im Schutz der Kanalisation zurückgelassen hat. Die Akonen statten sich mit der Tarnausrüstung aus und machen sich im Huckepack-Verfahren mit den Teleportern auf den Weg. Siebtes Kapitel. Die Arbeiten am Transmitter kommen mit dem Akonen schnell voran. Während weitere Verstärkungen der Pospis bei Panotol aus dem Hyperraum kommen, mittlerweile sind mindestens 40 weitere Fragmentraume aufgetaucht. An Bord der Theoderich will Perry Rodan, Marshall nun warnen und zur Eile antreiben. An Bord der Theoderich will Perry Rodan, Marshall nun warnen und zur Eile antreiben. Unter Marshalls Führung haben die Terraner und Akonen Erfolg und der Transmitter kann aktiviert werden. Die Ablenkungsangriffe und Bombardierungen der Terraner beginnen mit akonidischer Unterstützung. Zwar können die Terraner, vor allem die Theoderich, Abschüsse erzielen, doch die Fragmentraumer sind haushoch überlegen und es gibt erneut schwere Verluste. Als die Theoderich nur noch 14 Bomben übrig hat, fliegt das Flaggschiff Panotol an, um dort weitere 10.000 Roboter abzusetzen, die die Pospis auf der Springerwelt irritieren sollen. Um eben den Gefangenen die Flucht zu ermöglichen. Auch andere terranische Schiffe setzen Roboter ab. Die Mutanten erkennen den Beginn der Ablenkung und machen sich auf, um die Gefangenen zu holen. Überraschenderweise entschließen sich die Akonen, zu bleiben, anstatt die angebotene Flucht durch den aktiven Transmitter zu ergreifen. 8. Kapitel Rastchubei führt schwere Diskussionen mit Springergruppen, um sie von der Flucht zu überzeugen. Denn na klar, sind die skeptisch und verstehen nicht, warum sie sich den Terranern nun unterordnen sollen. Sie würden nur die eine Gefangenschaft verlassen, um in eine andere zu geraten. Nach dem ernüchternden Verlauf der Raumschlacht muss sich Perry zurückziehen. Fast ein Drittel der Flotte wurde entweder zerstört oder so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr einsatzbereit ist. Insgesamt konnten nur 8.000 statt 10.000 Roboter abgesetzt werden. Doch dafür hat man mit dem Einsatz des FMT 28 Fragmentrauma vernichten können. Um die Totsda 9 entbrennt nun eine erbitterte Schlacht zwischen terranischen Robotern und den Pospis. Während die Gefangenen zum Frack strömen, mit allen Mitteln wird die Beweglichkeit der Gefangenen garantiert. Insgesamt sind die Terraner nur 15 Minuten hinter dem Zeitplan. 9. Kapitel Doch als die ersten Gefangenen unter Führung von Kakuta und Yokida die Totsda 9 erreichen, haben die Pospis dazugelernt und gehen nun effizient gegen das Frack vor, anstatt sich ausschließlich mit den Robotern zu beschäftigen. Die meisten Springer erreichen die Alexander, während in der Abwehrschlacht um die Totsda 9 auch viele der galaktischen Händler im Feuer der Pospis sterben. Doch die Aktion bleibt erfolgreich. Als die letzten terranischen Verteidiger die Alexander erreichen, wird von dort aus eine der verbliebenen Superbomben durch den Transmitter auf den Weg geschickt. Guki geht noch einmal zurück, um die Bombe zu zünden. Im Anschluss geht Rodan mit 50 Männern des Unternehmens Befreiung zurück an Bord der Theoderich. Doch abschließend kann man sich nicht sicher sein, wie viel die Pospis aus den Speicherbänken der Totsda 9 herausgeholt haben, bevor die Walze mit dem gesamten Stützpunkt explodiert ist. Das beendet den Roman und wir schauen noch mal rein ins Fazit. Als Chubai den durch die Wolken schwebenden Ild einen Engel nennt, erwidert Guki, dass man nie von schwarzen Engeln gehört haben. Uff. Das ist hammerhart. Das ist natürlich in 2024 sehr, sehr schwierig. Und ich weiß, ja, man sollte diese Romane immer im Kontext der Zeit betrachten. Heutzutage wäre das ein Noggo. Das ist jetzt was, das muss man erst mal verdauen. Adlan wird zurückgeschickt, um weitere Flotten zusammenzustellen. Dabei ist seit dem ersten Kampf auf Panotol eigentlich das gesamte terranische Flottenpotenzial und die Akonidische Flotte in diesem Raumsektor versammelt. So stand es eigentlich im letzten Heft. Wieder so ein kleines Abstimmungsproblem. Mir schließt sich nicht ganz, warum man André Noir mit auf diese Mission gegen Roboter nimmt. Ich meine, was will der da tun? Will der da irgendjemanden hypnotisieren? Nen Springer oder was? Schön und gut, dass die die retten wollen, aber dazu brauche ich ja André Noir nicht. Also verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man den Einsatz auf Panotol durch die Sabotage des Springerraumers so kompliziert macht. Man kann den Raumer doch einfach durch Beschuss aus dem Raum oder meinetwegen auch durch den Einsatz des FMT aus viel weiterer Ferne viel einfacher vernichten, ohne Mutanten oder andere Terraner zu gefährden. Im fünften Kapitel finden die Terraner den Transmitter in den Laderäumen der Springerwalze. Und jetzt wird es wieder schwierig. Jetzt müssen wir uns an den letzten Roman erinnern, obwohl Totsdal im letzten Band die Transmitterstation hat aufbauen lassen. Das steht auch so drin. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Allgemein verstehe ich nicht, warum die Terraner nicht wie im Vorgängerband eine eigene Station auf den Planeten bringen. Warum macht man es wieder so dusselig schwer? Ich meine, man hat ja auch schon vorher irgendwelche Transmitterstationen irgendwo hingebracht. Muss passieren, sonst ist die Geschichte nicht spannend. Ich weiß. Abschließend finde ich es sehr, sehr schade, dass die Vernichtung der Totsdal nicht wenigstens noch geschildert wurde oder dass man noch einen großen Feuerball gesehen hat oder sowas. Das führt nach diesem ganzen Drama so ein bisschen zu einem kleinen, ich weiß, ihr mögt keine Anglizismen, Letdown, also so einem kleinen enttäuschenden Moment. Was ist eigentlich mit den Antis passiert, die die Übersperren auf Panotol abgesetzt haben? Sind die einfach ausradiert worden? Haben sie die vergessen? Bei Kurt Brandt waren da noch, glaube ich, zehn oder fünf Antis mit dabei. Warum können die Mutanten bei der Attenwesenheit von Antimutanten so frei operieren? Oder hat Willi die einfach vergessen? Also wie, wo? Weiß ich nicht. Was soll denn dieser Irrsinn? Die Terraner verlieren mehr als 1200 Raumer, um die 6000 Springer zu retten und riskieren dabei den Kern des Mutantenkurs. Ja, das ist richtig und wichtig, dass Perry die Springer retten will. Aber woher kommt denn diese Rationalität? Also die ganze Zeit heißt es ja, wir müssen auf Gedeih und Verderb aufpassen, dass Terran nicht vernichtet wird. Und jetzt wirft er da so viel Material weg und gefährdet seine Leute für 6000 Springer. Ich meine, ja, er muss das so machen, ist auch in Ordnung so. Aber ja, das hätte man irgendwie anders, das hätte man noch dringender machen müssen, noch besser greifbar, damit ich das so fresse, wie es hier drin steht. Gut, ja komm, wir fangen jetzt mal nicht an zu meckern oder zu viel zu meckern. Da hat der Roman nämlich einige Probleme und wir kommen mal zur Wertung. Der Roman hat in den Kapiteln 3 und 4 sehr, sehr große Längen, wie ich finde. Allgemein sind viele unlogische Dinge drin, die man so nicht machen würde, wenn man noch mal eine Woche drüber stäft oder nachdenkt, weiß ich nicht. Es fehlen halt einfach Dinge, die Cher im Vorgänger entwickelt hat oder die Kurt Brandt im Vorgänger so ausformuliert hat. Ich bin ehrlich, etwas enttäuscht von dem Roman, auch wenn er eigentlich actiongeladen und heroisch ist. Deswegen bekommt er noch, noch 5 von 10 Punkten. Obwohl ich hier ehrlich gesagt, wenn die Story nicht so verdammt spannend wäre, wäre ich wahrscheinlich eher bei einer 3 oder bei einer 4. Also wie gesagt, 5 ist okay, kann man lesen. Heutzutage ein bisschen schwierig, sehr, sehr viele kleine Momente drin, wo man so denkt, ach Mensch, das ist so ein bisschen isselig aus der Zeit gefallen. Na gut, das muss gut sein für dieses Heft. Wenn ihr Feedback geben wollt, könnt ihr das natürlich tun per Mail an info at weltenlieb.com oder stardustruftterra at weltenlieb.com. Ihr könnt mir einen Kommentar schreiben im Blog oder ihr meldet euch über soziale Medien. Ich versuche eigentlich auch auf alles zu antworten, wenn mir mal was durch die Lappen geht, Leute. Schreibt einfach nochmal. Alles klar, das war's für diese Folge. Es bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin Chris, das ist Stardustruf Terra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit den Pospis, den Angreifern aus dem Interkosmos, keine Angehörigen eines galaktischen Volkes in die Hände fallen, befahl Perirodan den Einsatz der Roboter, Bomben und Mutanten. Auch der nächste Einsatz der Raumfahrer des Solaren Imperiums geht gegen die Pospis und gegen die Kanonen von Everblack. So heißt der nächste Perirodan-Band wieder ein echter Karl-Herbert-Scher-Roman.